Mein Name ist Markus Wahle, ich habe schon mehrere Megawatt Photovoltaik gebaut und finanziert und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die schlimmsten Fehler beim Photovoltaik-Investment vermeiden könnt. Bevor ich zu den Fehlern und Risiken komme vom Photovoltaik-Investment, möchte ich euch sagen, warum mich das so fasziniert. Ich investiere seit 2009 in Photovoltaikanlagen, baue auch Parks und finanziere die. Und was mich daran fasziniert, ist einfach, es ist ein relativ simples Investment, das einmal gut aufgesetzt ist. Man hat keinen Stress, die Sonne scheint, es ist komplex von der Planung, aber nicht komplex von der Technik her und wenn man es gut gemacht hat, bekommt man jeden Monat, jedes Jahr schöne Renditen ausgezahlt und man tut auch noch was Vernünftiges für die Umwelt. Also insgesamt ein tolles Konzept. Der größte Fehler beim Photovoltaik-Investment ist wie? Auch bei der Geldanlage sehe ich, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, man bekommt ein Konzept vorgelegt, man bekommt eine Kalkulation vorgelegt und man will das unbedingt glauben, dass das funktioniert. Wenn ihr jetzt kauft bei großen Vertriebstruppen solche Anlagen, dann ist natürlich ein sehr, sehr hoher Provisionsanteil mit da für die Leute, die Anlagen verkaufen. Ich werde auch mal wieder angerufen, ja, ich stelle drei, vier Fachfragen, die Leute können mir die meistens gar nicht beantworten. Das heißt, momentan ist halt der neue Holy Shit Photovoltaikanlagen. Ich habe jede Woche mehrere Angebote für Photovoltaikanlagen am Tisch liegen von Mandanten und von Coaches und ich schlage oft die Hände über dem Kopf zusammen, was da zusammengereimt wird. Also oftmals sind da Fantasie-Sonnenstunden angegeben, die in Deutschland überhaupt nicht möglich sind. Dann sind die Preise einfach utopisch günstig, angeblich für den Einkauf, aber der Endpreis ist sehr hoch. Und Verschattung wird nicht mit eingerechnet, es werden die Kosten nicht für Wartung mit eingerechnet oder die sind viel zu gering oder Versicherungskosten etc. Das heißt, das Ganze ist nicht komplett aufbereitet mit den reellen Zahlen, sondern es ist so aufbereitet, dass jemand das unbedingt glauben möchte. So, wie komme ich jetzt an echte Zahlen? Das ist natürlich schwierig, wenn man keine Ahnung hat von dem Konzept. Und wie immer ist die Frage, wer verdient woran und wer macht welche Arbeit. Im Idealfall sucht ihr euch jemanden, der vom Fach ist und den zahlt ihr einfach, wie zum Beispiel jetzt einen Elektriker, der selbst Photovoltaikanlagen baut oder vielleicht nur aufs Haus und keine größeren Anlagen. Und dem zeigt ihr mal das Angebot, was ihr bekommen habt und fragt ihr mal, was seine fachliche Meinung dazu ist. Weil der kann viele Dinge natürlich aus seiner täglichen Praxis beurteilen, die ihr nicht beurteilen könnt. Ganz wichtig, viele Menschen investieren 3, 4, 500.000 Euro in Photovoltaik, ohne den Steuerberater zu konsultieren. Das geht nicht. Wir brauchen immer eine Vor- und Nachsteuerbetrachtung. Und die Vorsteuerbetrachtungen sind oft sehr schön. Man kann alles sehr schön rechnen, aber man darf auch nicht vergessen, dass man am Anfang einen hohen steuerlichen Vorteil hat. Man hat 20, 30 Jahre lang Strom, den man verkauft. Und das muss man wieder versteuern. Und das Ganze muss auch nach 20, 30 Jahren sich rechnen. Also wenn ich nur jetzt eine reine steuerliche Betrachtung mache und die Benefits jetzt glauben möchte, kann ich machen. Macht keinen Sinn. Also Nummer 2 ist, fragt euren Steuerberater. Ihr braucht einen Anwalt, der sich den Miet- oder Pachtvertrag anguckt, den ihr habt, wenn ihr eine Photovoltaikanlage auf fremden Dächern bauen wollt oder auf Freiflächen. Ganz wichtig. Ihr braucht einen, aus meiner Sicht, bei Größenanlagen unbedingt einen Gutachter, der die Anlage hinterher abnimmt. Dass ihr seht, ob das wirklich verbaut wurde, was euch versprochen wurde. Und um das einschätzen zu können, braucht ihr jemanden, der das hauptberuflich macht. Und der unabhängig ist, den ihr zahlt. Und mittlerweile ist es so, dass gute Banken schon fordern, dass eine Anlage gutachterlich abgenommen wird, bevor sie die überhaupt finanzieren. Und das finde ich sehr, sehr gut. Dann wäre ich nämlich gezwungen, praktisch diesen Schritt zu gehen. Das Spannende ist, wenn ich die ganzen Angebote sehe jede Woche, es gibt von bis pro Kilowatt-Peak wird das ja immer angeboten. Das heißt, ich habe Angebote für Freiflächenanlagen für 1200 Euro bis zu 1500 Euro. Ich habe Dachanlagen von 1300 bis 1900 Euro. Und komischerweise, egal wie hoch der Einkaufspreis ist, alle rechnen sich auf dem Papier. Das kann eben mathematisch nicht funktionieren. Also ist es wichtig, nochmal, dass ihr eine Liquiditätsplanung habt. Dass ihr eine Planung habt vor und nach Steuer. Und dass ihr eine Planung habt, wo die Finanzierung auch natürlich mit reingenommen wird. Und dann braucht ihr natürlich eine Planung, wo auch drin steht, dass die Anlage gewartet werden muss jedes Jahr. Ihr braucht die Versicherung, ihr braucht Rücklagen auch. Die Anlage muss alle paar Jahre mal gereinigt werden. Das ist hochkomplex, das kostet Geld. Und so weiter und so fort. Und nur wenn das Gesamtkonzept funktioniert, hat man obendrauf vielleicht noch einen steuerlichen Segen, der das Ganze noch attraktiver macht. Aber die Anlage muss sich ohne steuerliche Geschenke des Finanzamtes, Klammer auf, IAB, Klammer zu, rechnen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wieder von neutraler Stelle kontrollieren lasst. Ich finde das ganz wichtig, dass die Menschen, die die Anlage bauen und gute Arbeit leisten, gutes Geld verdienen. Die Anlage soll funktionieren. Und was ganz wichtig ist, ich möchte auch mit Firmen arbeiten, die es schon gab in den letzten Jahren und die in den nächsten Jahren auch noch am Markt sind. Es sind ganz, ganz viele neue Firmen am Markt. Schaut euch bitte immer an. Und wenn ihr selbst nicht könnt, fragt euren Steuerberater, der euch unterstützt. Wie lange gibt es die Firmen eigentlich schon, die jetzt die ganze Sache hier verkaufen? Ist das eine reine Vertriebstruppe? Oder ist das eine Firma, die auch einen Background hat? Weil ihr habt ein großes Problem, wenn in drei Jahren die Firmen nicht mehr existieren und ihr habt Garantiefälle und ihr müsst die hinterher alle selbst abwickeln. Das zweite ist, wer verdient wo das Geld daran? Das heißt, wie kann das denn sein, dass für eine gute Anlage der eine 1.300 Euro verlangt, der andere 1.600? Ja, weil der mit 1.600 einfach mehr Marge hat und mehr Leute auch bedienen muss im Vertrieb vielleicht. Das wäre ja okay, wenn sich die Anlage trotzdem noch rechnet. Dritter Punkt ist, ganz oft sehe ich, dass Anlagen, die teilweise recht teuer sind, schlechte Module haben oder schlechte Wechselrichter. Das heißt, ihr braucht unbedingt aus meiner Sicht, in meiner Welt, Markenprodukte. Und wenn ihr euch da selbst nicht auskennt, holt ihr euch wieder einen Fachmann dazu, der euch berät. Wenn ihr 3.000, 4.000 Euro investiert für eine Photovoltaikanlage, könnt ihr euch locker einen Fachmann 1.000 oder 2.000 Euro bitte zahlen, damit ihr die richtige Entscheidung trefft. So, und wenn das dann alles passt, dann habt ihr auch ein gutes Projekt, was ich 20 oder sogar 30 Jahre tragen soll und tragen kann. Also unsere Anlagen, die wir 2009, 2010 gebaut haben, laufen alle relativ entspannt durch. Natürlich hat man nach 10, 15 Jahren auch mal einen Wechselrichter, der kaputt geht, das ist völlig normal. Aber insgesamt ist eine gut gebaute Anlage robust und hält 20, 30 Jahre ohne Probleme. Und das sollte bei euch auch der Fall sein. Ganz entscheidender Punkt ist auch, dass ihr die Anlage richtig versichert habt. Das heißt, sucht euch einen spezialisierten Makler, der sich mit dem Thema auskennt. Weil das Schlimmste ist, wenn ihr nicht komplett richtig versichert seid oder dass ihr eine Versicherung habt, die ihr euch beim ersten Schaden rausschmeißt, weil sie keine Lust mehr haben auf euch, weil dann wieder neue Versicherungen zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und ihr müsst sehen, ihr habt einmal ein Risiko als Betreiber der Anlage. Ihr braucht eine sogenannte Betreiberhaftpflicht. Und ihr habt natürlich auch ein Risiko, wenn zum Beispiel ein Sturmschaden da ist, dass eure Anlage kaputt ist. Das heißt, der Schaden muss ersetzt werden und auch der ausgefallene Strom muss in der Zeit ersetzt werden. Das heißt, es ist ein relativ komplexes Thema, wo ich mir auch wieder Fachleute holen würde. Und seht ihr mal zu, dass ihr genau das nicht im Komplettpaket habt, sondern immer schön einzeln aufgedröselt, dass ihr auch wirklich wisst, was ihr dort habt. Ganz sensibles Thema ist, wann bezahle ich denn welches Geld? Ich hatte letztlich einen Angehörter auf dem Tisch, da wollte der Anbieter 50% Anzahlung haben und die Firma gibt es seit drei Monaten, also eingetragen im Handelsregister. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an, ja? Das heißt, wenn ich nicht sicher bin, ob ich dem Anbieter vertrauen kann oder noch sehr frisch am Markt ist, muss ich halt mal gucken, ob ich mit einem Treuhandkonto arbeite, das natürlich Geld kostet, ob ich irgendwelche Lösungen finde, auch mit der Bank, wie ich das Ganze machen kann. Zur Not fahre ich auch hin und schaue mir wirklich mal an, ob die Module wirklich geliefert wurden. Ihr müsst eh da hinfahren. Bitte kauft keine Photovoltaikanlage, fahrt da nie hin. Ich würde auch während des Baus da mal hinfahren, ob die wirklich eure Anlage bauen oder ob das für andere Menschen ist. Hat es alles schon gegeben. Also, ihr müsst aktiv dabei sein und bitte nicht einfach blind jemanden 30% überweisen, wenn ihr die Firma nicht geprüft habt und wenn ihr nicht sicher seid, ob das wirklich eine seriöse Sache ist. Ich finde es schon normal, dass ich eine Anzahlung leiste, wenn zum Beispiel Module geliefert werden und ich muss mir halt einfach einen Nachweis haben, dass die auch wirklich vorhanden sind. Jetzt gehe ich mal von aus, dass da draußen die meisten seriös sind, die haben die Module angekauft, ich kriege darüber eine Bestätigung und dann zahle ich halt mal 30% an und dann wird nach Baufortschritt gezahlt und wenn ich den Gutachter mit dabei habe, was ich ja schon eben empfohlen habe, dann kann der ja auch vor Ort immer gucken, wie ist der Baufortschritt, ist das wirklich so, wie es auch kommuniziert wird und dann kann ich peu a peu dann auch zahlen, dann ist die Bank auch einig und dann bin ich relativ safe. Also zusammenfassend ist es für jedes Investment, ihr solltet euch es angucken, solltet hinfahren, ihr solltet wenn möglich mit dem Verpächter des Grundstückes oder des Daches reden, das heißt es ist People Business. Ihr habt ja mit jemandem einen Vertrag eingegangen, dann für 20, vielleicht sogar für 30 Jahre, ihr solltet das bitte nicht an fremde Dritte delegieren, immer vor Ort gucken, wie der Baufortschritt ist, es sei denn, ihr habt jetzt einen Gutachter, der vor Ort ist, der für euch ab und zu hinfährt, aber bitte gebt das nicht komplett aus der Hand, sondern schaut es euch an, seid aktiv, ihr seid Investoren, ihr habt ein Risiko, was hier eingeht, ihr habt zwar auch eine schöne Rendite, trotzdem habt ihr auch eine Verantwortung euch selbst gegenüber in meiner Welt und darum glaubt nicht alles, was man euch sagt, prüft das und wenn ihr es nicht selbst prüfen könnt, wie ich schon erwähnt habe, holt euch Experten, die euch da unterstützen können und dann wird es eine gute Sache. So, was mich natürlich jetzt interessiert, wie sind eure Erfahrungen momentan im Photovoltaikmarkt, gebt mir gerne euer Feedback hier unten, ich freue mich drauf. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre unseren Podcast rein, auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß!